So, gut, da sind wir wieder. Also sozusagen willkommen zurück in der Zone, in der Soup. Wollen wir mal weiter schauen. Ich würde sagen, das schreit nach Böhrer jetzt. Es gibt bestimmt Böhrer, ein, zwei, viele, je nachdem. Schauen wir mal, wie viele es heute werden. Dann gucken wir mal, was wir mit unseren ganzen Waffen machen, dass wir die noch in der Kiste einsortieren. Und dann geht es in ATP. Mal sehen. Ich sagte mal sehen. Oder so, ne? So war das doch. Ja, ja. Ich spüre keinen Böhrer, warum nicht? Hallo, wir haben es mitten in der Nacht. Wo sind die Böhrer? Da ist einer. Ja, komm mal her. Das nützt mir so nichts. Komm mal durch den Zaun. Komm, das bringt doch alles nichts. Einer nur. Bist du mich eigentlich trollen, oder was ist dein Problem? Echt nur einer? Zumindest ist er ja ernst. Einer. Da drüben kommt der Nächste. Ich denke doch, kann doch nicht sein. War es Grimwald? Ich glaube, Grimwald war es. Der hatte mal acht Stück auf einmal. Hat auch Spaß gehabt. Ich muss aber gerade noch mal gucken, ob der Sound passt, ob die Lautstärke des In-Games war. Naja, besser. Ja, sorry, dafür nochmal an der Stelle. Wie gesagt, ich bin jetzt ja eh wieder so weit hinterher und ich glaube, es waren auch schon zwei Folgen, die schon wieder besser waren. Ja. Habe ich irgendwo mal scheiße gebaut. Tut mir leid. Absolut nicht aufgepasst. Naja. So, jetzt haben wir ja zwei Symbions. Sehe ich doch richtig. Da kann ich ja eins gleich an den Barkeep geben. Das ist doch voll geil. Ja, wir haben zwei Symbions. Sehr schön. Oh ja, die Bar. Ja. Na komm. Rennen brauchen wir nicht. Das brauchen wir uns gar nicht erst einfallen lassen. Erstmal langsam drauf zulaufen, dass es ein bisschen besser nachladen kann. Naja. Diesmal steht da gar nicht drin in der Flamme. Meistens steht einer in der Flamme drin. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum man immer auf die Idee kommt. Hi Sertchen, wie geht's dir so? Carry on. What happened next? Okay. Hä? Keine Ahnung. Oh. Mein Download ist fertig. Wo ist ein Massaker? Ja, ist klar. I need a job. Nee, gibt nichts. Den hat er echt nur einmal den Job. Naja. Ist ja okay. Gut. Petrenko seine Flasche haben wir gegeben. Wie gesagt, die habe ich mir einfach gespawnt, weil ich, ich kenne die Position. Also, das finde ich dann schon ein bisschen sinnbefreit, dass dann halt gar nichts passiert. Also, sorry. Nö. Kann natürlich echt sein, man muss wirklich wahr die komplette Ding machen. Ja, gut. Dann soll es mal so sein. Probieren wir dann irgendwann nochmal vielleicht sogar. Ich würde aber sagen, hier müssen wir mal die Nachtsicht ausziehen in der Bar. Uns wird es komisch. So. Gut, gut. Hast du eigentlich noch irgendwas für mich? Wie geht's denn dir so? Oh, okay. Ja, na, I'm going to look for an Outtrial when I see a Campfire. Aha. Irgendeine tolle Erinnerung. Wer es lesen will, bitte. Viel Spaß. I need a job. Gibt's nicht. Have you heard? What you heard? Okay. Sounds like a good. Jawohl. Da geht's um mich. Ha. Ist klar. Hi. Äh, du hast ganz schöne Fehler gerade in deinem Gesicht. Äh, who can repair this PDA? Es gibt's der PDA. Den habe ich nämlich vergessen, Six. Das wollte ich auch noch sagen. Und zwar habe ich mir den PDA noch gegeben lassen vom, ähm, wie heißt der denn? Brapoor. Ich weiß nicht, was ich ihm dafür geben musste. Irgendwas, irgendwas wollte er nochmal haben und dann hat er mir ein PDA gegeben. Okay. Warte, understand, I need a favor first. Bring mir Chimera Tears. Sahar ordered one from me almost a month ago. Ich Mera Tears. No way. I'll get your Fire Tears and you can cook it yourself. Don't give me a Fire Tears and me. Okay. Don't get upset. Okay, kriegst du Fire Tears. Ich werde dir eine Fire Tears suchen. Ich habe doch eine Fire Tears, oder? Kann ich dir die geben? Habe ich die übrig? Natürlich. Ne, ich habe eine Fire Dame. Warte mal, Fire Tears. Moment, richtig lesen, Blödmann. Da ist eine. Aber nur eine. Hm. Ah, das ist nicht so schön. Electric Tears. Die mache ich aus Droplet, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich noch Droplets? Ja. Fertig. Aber nur eins. Wo sind meine ganzen Droplets? Ich habe welche eben. Genau, ich habe sie schon verarbeitet. Okay, komm. Du kriegst die Fire Tears. Hier. Mark 1, don't get angry. Lenk ihr the bursted party and too much vodka. Your pay the way is on his bench and ended up getting smashed. Alter, er hat ihn kaputt gemacht. Er tranksdestroße Information. Understand, the guys did something stupid and gave them a royal bollocking. Ich habe ihm einen richtigen Anschiss verpasst, oder irgend sowas. Okay. There's nothing more I can do other than opening your case of vodka ist. Okay, also du kannst zwar nichts machen, aber das bedeutet nicht, dass ich richtig stinkend gesauer bin. Äh, bin ich gerade nicht. Hm. Look, just give me time to calm down. Okay. Find someone who knows us a missing team. Find Grey. Genau. Jetzt kommt Grey. Äh, ich weiß aber nicht genau, wie das war mit dem Grey. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Hier, ich habe das Symbion. Äh, due to the cause of music is not falling, it's also an Auspass. Was? Ghost pick the rest. Some pain was against the blood. Sucker has attacked. There also. Blah. Ghost here has come. He has come. He has brought something to talk to him. Everyone has died. Everything is more. ... or other than 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 or whatever. Ghost has left in a lab and has not returned. Yes, here, asked that he has spoken to nobody but the master key. So I hope it remains between us. Yes, has absolutely forgotten. Scientists asked here to come to Yanta. Their business is for you. I am not from the talkative. Also, ich bin nicht so der Redselige. Sie sagt es ist okay also scientist okay wieder zu den wissenschaftlern jetzt okay eine job kein problem würde ich aber keine wieder haben weil ferrari kett finde ich nicht so oft stattdessen kannst du die komische waffe haben viel spaß auch wenn du nicht wirklich genug dafür bezahlt goldfisch habe ich auch ich glaube habe ich sogar ja habe ich gemacht lr 300 ml krieg dafür haus zusatz co habe ich alles schon was kosten ist goldfisch zurückzukaufen jede menge scheiße egal ich bin mir sicher dass ich die lr habe die dinger brauche ich soweit ich weiß nicht mehr aber das ist halt so ein problem mit soweit ich weiß komm wir riskieren das was habe ich jetzt 8 46 also jetzt muss ich schon fast kaum noch drauf zahlen gut hier hätten wir so eine pb kannst du auch noch haben ja und dann kriege ich sogar noch was raus ist das nicht schön ciao ja jetzt okay dann mal der teil man die job tushkano den darfst du behalten das hätte ich gern wieder mal davon habe ich noch nicht so viel kostet nicht viel hofer verborgen geld gut mit schank habe ich glaube ich ja jetzt ist nur die frage das möchte ich kann wieder kaufen habe ich genug mit chance zwei habe ich im gürtel die würde ich gerne im gürtel behalten aber ich glaube ich habe trotzdem noch ach gott alle ernsthaft elf stück ok parkip du kannst sein mit schank haben ich brauche es nicht wieder flash flash weiß ich auch noch nicht so genau ob ich das wiederhaben möchte ich bin mir auch nicht sicher ob ich davon nicht genug habe das sind sparkler und alles ja das ganz klein ist das flash habe ich keins mehr sparkler und moonlight echt kein flash mehr ach ja das ist die die ammo box für ding seiner mal für lokal box für meister oder miese aber habe ich echt kein flash mehr ja da möchte ich das flash gern wieder kaufen das nützt ja nix wobei ich auch da mal wo ist denn das flash überhaupt man sieht es nicht witzigerweise das symbion könnte ich sogar wieder haben ja also das ist ja bullshit vielleicht ja wo ist jetzt das flash du kleiner arsch es ist doch einfach zum kotzen hey ja lass gut sein die franzes hat man ja schon die mosberg kann verkaufen ja was ist mit der hier hier ist sold hatte noch nicht jetzt aber die winteres night hatte noch nicht jetzt aber die saiga 12 k andere variante so eine komisch geschriebene hatte ja noch nicht jetzt habe ich den colt ganz normal m16 das lr habe ich definitiv jawohl sieht nicht so aus als ob es m16 schon habe aber jetzt das ganz normale kommando habe ich die svu möchte ich sowieso behalten die saiga ist meine ak 47 müsste ich haben aber ich glaube die ist tatsächlich weiter unten ja da ist aber dann eben die die pistolen die habe ich ja sowieso dabei die maschinenpistolen die 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 christ super wie müsste ich haben ja habe ich also ich habe jede ich habe auch diese mp7 schon ja ich glaube die christ super wie ist auch die die am meisten wert ist haltet doch mal alle die schnauze m ist wie ich ja ehm glock 18 beretta stars muss mal gucken beretta stars habe ich tatsächlich noch nicht gehabt okay die glock 18 müsste ich irgendwo haben glock 17 glock 18 habe ich die walter p100 habe ich auch jawohl die peretta px4 habe ich militär pms die nennen wir sowieso mit irgendwie mal ja passt die anderen sachen können wir alle verkaufen die sachen haben wir viel zu oft hier haben wir die beretta fs2 90 auch die müsste ich glaube ich sogar schon haben nein nicht also nicht hier im schatz okay ja gut warum nicht den rest hat man alles die walter p99 müsste ich auch schon irgendwo weiter oben haben okay na gut ich muss mal kurz gucken wer mich da auf steam angeschrieben hat es tut mir leid so ok hat sich erledigt wissen wir was da los ist weiter geht's so kann der mir eigentlich irgendwie weiterhelfen militär pts später job kill a master stalker ja nee lass gut sein fällt mir nicht der auftrag lass gut sein holter hat man auch schon auch wenn ich den wort gar nicht aufs maul ja die wissenschaftler angeblich ist der der auftrag jetzt verloren also so es scheint erstmal nicht weiter zu gehen es steht ja auch dabei seems lost das stimmt aber nicht soweit ich weiß geht es später weiter muss ich mal schauen wie so nacht sich wieder an shots in die hand und ab in den atp ich hätte ja vorher eigentlich mal zu ding gehen können naja wie viel gewicht haben wir denn 900 von 1500 ist schon ganz schön viel das ist schon ganz schön viel erst mal zur betränkung aber kann ich ja hier drüber machen bevor jetzt wieder ganz außenrum lauf bin schon dabei ein hier vor der job ja ok später ein niederjob ne gibt nicht mehr du hast wieder jede menge gerade wieder super geile ausrüstung naja mit der zeit kriegt man es hin mosberg forenses kannst du haben die commando kannst du haben das den kannst du haben das darfst du haben die darfst du haben die ist nämlich irgendwie schrottig beretta px4 kannst du haben die glock 18 beziehungsweise die hier was hatten die eigentlich für eine munition wie viel 19 schuss die hat 15 schuss die p100 die glock 18 ist besser also p100 weg weil die hatten wir ja schon einmal gesagt wie sieht denn die aus im gegensatz zu der hier auch schlechter glock ist besser ok das kann man weg dann das kann man weg dann brauchen wir alles nicht so oft nach munition hätte ich auch weg tun können so ja munition wiegt ja auch ganz schön naja wie viel habe ich jetzt platz ja ach komm was soll's wir werden keinen platzenden rucksack kriegen kann ich mir nicht vorstellen was soll's los geht's ok weil die gesagt dieser auftrag ist nicht verloren der geht noch weiter muss aber noch mal genau schauen wie wie und wo der weitergeht das ist mir nicht mehr so ganz klar wo ging das jetzt wieder hier rüber macht da hinten kein bürger mehr was für eine nase ist natürlich jetzt blöd dass das jetzt nacht ist das ist vielleicht nicht so gut vielleicht riskieren wir es trotzdem wird schon schief gehen ja travel to next area ich muss jetzt noch den lkw dahin war lkw ist es ja nicht in den transporter dahin von neuen kleinen so diese abrakas art oder was es ist naja das wäre es in der ddr gewesen aber immer im ort katze das sind noch mehr ach das sind säue ist am ende diesmal der typ tot habe ich das gerade richtig gesehen ich sehe keinen oder kommt der nur am tag das ist ein zombie was da hinten kommt weil irgendwie fehlt mir da der wo ist denn die katze war da eine katze irgendwo noch wo ist denn die jetzt ach da katzenschwanz mitnehmen normalerweise ist es doch da irgendwo ein alter wimmelt das hier von zombie das ist nachts wenn man nachts angst oh badkas das sind ja badkas das normale halt die schnauze jetzt weiß ich nicht ja ja ich weiß schon babka naja was auch immer du sagst leg dich hin das besser einfach ja jetzt sehe ich hier keinen typen der hier irgendwie spawnt oder was ist er erwischt ja was macht hier bim bim ist hier liegen hier minen tatsächlich oder ist es da liegt ein slime und du bist zu blöd das zu sehen macht sie mein gott da gab es doch jetzt irgendwo den bus und es gibt eigentlich den typen und wo ist das alles ich hätte gerne mal die idee ding auf mich da ist das camp das weiß ich der bus muss hier irgendwo stehen hier ist glasbeats sehr gut nämlich mit zorn zorn flash moonlight auch gut flash glasbeats gefallen mir schon mal aber hier war irgendwo der bescheuerte bus ich sehe natürlich jetzt gerade überhaupt nichts was zu dunkel ist ne hat doch irgendwas gesagt ich soll den bus mitnehmen oder so ne scheiße ne sind der bus der da da ist er doch aber wo ist der typ den gibt es nachts nicht ne das wird das problem sein hm wo war jetzt wieder die die third person naja das war ein quicksafe das ist quatsch hä wo waren jetzt die die man konnte doch sagen bin ich bescheuert habe ich das raus gemacht die tschuldigung nehme ich euch jetzt mit verstehe ich es nicht so ganz inventory nein general first book ist raus warum bin ich bekloppt oder was das ist alles wieder auf standard warum denn das ok quick madcat quick bandage könnte man ja sogar drin lassen warum nicht ist ok für ein blödsinn 0 und 9 das ist standard das ist in ordnung ja dann machen wir das auf die f3 das first person view und die third person auf f4 und free look machen wir auf f5 weil das brauchen wir eh nicht use ist f ist klar quicksafe das lassen wir einfach so wie es ist artefakt points chat bei menü ja es gibt aber noch ein 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 start engine genau das habe ich nämlich eigentlich auf b gehabt weil ich brauche ja kein bei menü wofür ja ist ja quatsch apply so sorry f4 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 starten f4 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 ist es da oben das camp oder wo bin ich gerade das ist so die frage das könnte sein ja das ist es okay normalerweise kriege ich dafür natürlich noch eine belohnung dass ich das fahrzeug hinbringe ja gut das geht halt jetzt nicht weil hey uah so aussteigen wahrscheinlich mit f genau boing passt alles gut so hi ja du hast also das hier alles entdeckt all right bandits bla bla zack steht okay der will attack us in two ways advancing from the center ja okay ob ich das natürlich jetzt noch mache weiß ich nicht in die defend of both of these attacks and then you must initial base infiltrate base return to me when the job is done led by man name chriner a real piece of work okay see you my friend ich muss jetzt erstmal gucken wo die überall sind weil das problem ist dass da viel von von kallmix leuten schon sind hier nicht abspacken doch abspacken ja weil er gerade anscheinend speichern wollte okay muss ich jetzt nicht verstehen finde ich jetzt nicht gut aber ist dann so fantastisch ich sage vielen dank fürs zuschauen das war es an der stelle was natürlich jetzt abbricht trotzdem gerne wertung da lassen kommentar ich komme jetzt hier nicht mehr raus scheiße ja schön gemacht ich würde jetzt gern wenigstens rauskommen aber das geht wohl auch nicht mehr hat sich schön aufgehängt finde ich gut keinen ganzen rechner neu starten naja gut so wir sehen uns im nächsten part wenn wir den ganzen quatsch noch mal machen ich weiß nicht ob jetzt irgendein safe funktioniert hat wir werden sehen ob die leute von ihm drauf gehen ist mir scheißegal wer wichtig ist ist der der typ selber wie heißt der wieder weiß ich nicht ist ja egal kalmy kalmyra also der big boss da von den loandstalkern die hier wohnen da an ihrem lager okay der muss auf jeden fall überleben er war das letzte mal selbst so einen haufen geschossen das war aber so dumm beim letzten durchlauf war das gut wir sehen uns im nächsten part wenn wir das ganze noch mal erfolgreich versuchen bis denn dr 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 Vielen Dank.